In diesem Video möchte ich dir ein paar Dinge zeigen, die du vielleicht noch nicht kanntest über das Gunrunning DLC. Ansonsten zeige ich dir wirklich alles Neue, was wir in das Spiel bekommen haben. Viel Spaß! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich dir, wie gesagt, alles Neue zeigen, was wir ins Spiel bekommen haben, heute mit dem Gunrunning DLC. Im Weiteren wird es dabei bestimmt ein paar Dinge geben, die du bestimmt noch nicht wusstest. An der Stelle möchte ich dir auf jeden Fall nochmal empfehlen, falls du hier neu sein solltest, einfach mal ein Abo und ein Like dazulassen, damit du wirklich nichts mehr rund um GTA 5 verpasst. Wir haben heute die 32.000 Abonnenten geknackt, insofern wäre es wirklich mega heftig von euch, wenn wir auch bald die 40 irgendwann knacken würden. Aber labern wir nicht ewig herum, sondern beginnen direkt mal mit dem Video. Und zwar, was ist denn insgesamt alles neu? Wir haben insgesamt elf verschiedene Bunker bekommen, die alle zwischen drei und sechs Millionen GTA-Dollern kosten. Außerdem haben wir sechs neue Fahrzeuge, keine neuen Waffen, dafür aber ein paar Kleidungsstücke dazubekommen. Aber es gibt auf jeden Fall noch weitere Fahrzeuge, die in den Files vorhanden sind, wie zum Beispiel eine SUV aus dem Trailer. Diesen werden wir aber dann im Laufe der nächsten Diensttage immer mit kleinen Dienstags-Updates dazubekommen. Aber schauen wir uns als erstes mal den Bunker, beziehungsweise das generelle Spielprinzip genauer an. Zunächst, wenn ihr das Gunrunning DLC anfangt, müsst ihr euch erstmal auf der Webseite von der Maze Bank einen Bunker kaufen. Hier gibt es elf verschiedene zur Auswahl. Diese sind auf der gesamten nördlichen Teil der Map verteilt. Welchen ihr da am besten nehmt, habe ich euch im letzten Video erklärt, aber hier nochmal in der Kurzfassung ist jetzt im Hintergrund. Diesen Bunker würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Diesen habe ich auch genommen. Wieso? Ganz einfach, er ist nah am Flughafen und ganz nah an der Highway. Das heißt, ihr seid wirklich zentral gelegen und kommt überall ziemlich schnell hin. Habt ihr euch jetzt einen Bunker gekauft, müsst ihr zu dem Laptop in diesem gehen. Hier könnt ihr diesen erstmal upgraden, bisschen verbessern und so weiter, aber ihr könnt auch Nachschub für eure Labor besorgen. Als erstes müsst ihr jetzt einstellen, ob ihr entweder mehr forschen wollt, eure Mitarbeiter also nur fürs Forschen konzentrieren lassen wollt, oder auch Produktion von Waffen und Munition engagieren wollt, dann bekommt ihr ein bisschen mehr Geld. Oder eben beides, aber dafür nur weniger. Also, drei Optionen. Nummer eins ist, alle Mitarbeiter konzentrieren sich nur auf die Produktion von Waffen und Munition. Also habt ihr eine höhere Produktion, könnt mehr verkaufen. Also im Endeffekt macht ihr mehr Geld. Zweite Option, alle eure Mitarbeiter gehen auf die Forschung. Das würde ich den Leuten empfehlen, die eh ein Alllock All haben, kein Geld brauchen, sondern eigentlich nur die einzelnen Sachen aus dem Spiel freischalten wollen. Dann lasst ihr sozusagen alle Mitarbeiter nur forschen und somit schneller alles freischalten. Wenn ihr aber ein bisschen Geld braucht und aber auch die Sachen freischalten wollt, dann teilt ihr also beides auf, beides geht dann etwas langsamer. Habt ihr jetzt einige Aufträge erledigt und habt entsprechend genug Geld, lohnt es sich auf jeden Fall die mobile Operationsbasis zu kaufen. Diese kann man auf Warstok Catch & Carry erwerben. Diese kostet circa 2,2 Millionen GTA-Dollar, was eigentlich echt ziemlich niedrig ist für die Funktion, die sie besitzt. Denn es ist der Preis, wenn ihr wirklich ziemlich oft die teuersten Sachen nehmt und wenn ihr wirklich nicht am Geld spart. Also ihr könnt diese Operationsbasis auch wesentlich billiger erwerben. Aber was bringt sie euch? Ihr könnt in dieser Waffen tunen und verbessern oder einfach mal die mobilen Operationen starten. Dadurch bekommt ihr nämlich die neuen Militärfahrzeuge billiger. Auf die Art und Weise könnt ihr extrem viel Geld sparen. Wenn ihr euch so eine mobile Operationsbasis kauft, werdet ihr dazu aufgefordert, euch diesen einzuteilen. Also wie viele Bereiche ihr sozusagen haben möchtet und wie die genutzt werden sollen. Hierbei kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, kein eigenes Fahrzeug da reinzubauen und auch keinen privaten Bereich, denn den braucht ihr wirklich nicht. Das ist total Geldverschwendung. Kauft euch also vorne irgendwie diesen Kontrollraum für die Waffen und hinten dann die Waffen- bzw. Fahrzeugwerkstatt. Um jetzt eure Fahrzeuge zu tunen, müsst ihr einfach nur mit diesen hinten an die Operationszentrale dranfahren und dort könnt ihr diese dann aufrüsten. Aber nicht nur die Fahrzeuge, auch eure Operationszentrale kann getunt werden. Wenn diese nämlich in eurem Bunker steht, müsst ihr einfach nur zu dem Mechaniker gehen, vorne an der Front von dem Truck und dort könnt ihr dann sowohl die Zugmaschine als auch hinten den Anhänger tunen. Außerdem als neues Feature haben wir das neue Interaktionsmenü bekommen. Unter Fahrzeuge könnt ihr dann außerdem noch den Anhänger bestellen. Keine Angst, er wird mit Fahrzeug geliefert. Das bedeutet, ihr braucht nicht extra ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung suchen. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich noch nicht alles, was wir beim Update bekommen werden. Es sind in den Gamefalls auch einige Dinge vorhanden, wie zum Beispiel der SUV, den wir im Trailer gesehen haben, diesen Mini-Insurgent, die wir in den nächsten Tagen bekommen werden. Also ich denke mal, immer dienstags wird so ein kleines Update stattfinden. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da und wenn ihr mich noch weiter unterstützen wollt, dürft ihr natürlich auch gerne den Stream teilen. An der Stelle bin ich jetzt raus, das Hashtag-Fold ist auf jeden Fall Hashtag-DLC. Bis bald, Jungs, habt noch einen Hammergein Tag. Checkt noch die anderen Videos und den Stream von vorhin ab. Bis bald und Peace! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020